ihr lieben in zwei wochen beginnt die kaiser mania und ich habe heute etwas was uns ein klein wenig schon mal darauf einstimmen soll hier steht bitte nicht knicken das ist von der deutschen post und was hier drin ist die ein oder anderen wissen es vielleicht schon wer es noch nicht weiß kann raten kannst in die kommentare schreiben und ich öffne das ganze und bin sofort wieder zurück so weg mit der verpackung und hier haben wir sie die roland kaiser briefwagensammlung sind vier stück aktuell zum jetzigen zeitpunkt einmal warum hast du nicht nein gesagt da ist santa maria liebe kann uns retten und dich zu lieben das ganze könnt ihr derzeit im deutschen post shop bestellen den link dazu lasse ich euch in der beschreibung und ich kann es kaum erwarten in zwei wochen geht es los ab nach dresden und vielleicht nehme ich die ein oder andere riefbarke mit und schicke von dresden aus einen brief an meine freunde wer bis dahin nicht warten kann einfach hier in die kaiser mania playlist rein dort sind die schönsten songs der letzten jahre der kaiser mania alle live alle gesammelt schaut euch an hinterlassen kommentare teilt es mit euren freunden und wir sehen uns in zwei wochen in dresden bis dahin doch so 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 so